Hallo Leute, herzlich willkommen zur 14. Folge von Mittelerde der Schatten des Krieges und wir sind hier direkt weiter in der Hauptquest und müssen schauen, dass unser Mann den anderen Mann hier besiegt, damit er das Hauptlager infiltrieren kann. Also, wir müssen ihm auf jeden Fall ein bisschen zur Hand gehen und ihn unterstützen bei diesem Kampf. Ich meine, schaut euch mal diesen Typen hier an. Sieht ja gruselig aus. Und dann geht's auch weiter in der Hauptquest. Viel Spaß! Du stehst vor einem wahren Anhänger der dunklen Flamme. Mal sehen, ob du Herausforderung bist. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay, wir mussten ihm gar nicht helfen. Wir konnten auch gar nicht helfen. Der hat das ganz alleine hinbekommen. Cool. So. Gibt es hier noch irgendwelche Reste? Ah, ja. Ja, ja. Oh mein Gott, wie cool. So. Einfach plattgemacht. Mega krass. So. Einmal ein Headshot. Okay. So. Neues Ziel. Wir gehen auf Aufträge. Ne. Nicht auf Aufträge. Keine Ahnung. Puh. So. Das schaffen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen Typen, der sich uns anschließt. Ich hätte einen. Ich hätte einen. Ich hätte einen. Der sieht faszinierend aus. Aber ich muss nochmal schauen, wo der genau sich aufhört. Beziehungsweise zwei Leute habe ich. Also der hier, der sieht cool aus. Und dann habe ich noch den hier. Der ist auch cool. Ich bin Stufe 18. Das heißt, ich könnte den auch dominieren jetzt. Ja. Wir holen uns die zwei. Ich meine, guckt euch den doch einfach mal an. Der ist so krass, der Typ. So, wo hat er sich denn versteckt? Ah ja. Da hinten. Gut. Dann machen wir erstmal eine Stellreise. So. Und dann erst einmal an den Segelwerken und Fabriken vorbei. Perfekt. Und wir können auch durch Felsen hindurchschauen. Shaka. Giftwaffen. Gott. Das wird bestimmt ein hartes Stück Arbeit hier. Ich mag ein schönes. Okay. Was ist das? Ich durchwandelte die Täler und Wüsten. Die Felsen Gorgorods. Die Felder von Nurn. Ich ließ Teile meiner selbst zurück. Ich brauchte sie nicht mehr. Andere verlor ich. So veränderte ich mich. Man kann nichts Neues werden. Ich hab keine Lust auf so etwas. Nein, wir wollen doch jetzt gerade mal was Spannendes erleben. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Nein. Na toll. Da. Okay. Wir haben ihn. Und er ist jetzt wieder oben. Kann das sein? Na gut. Na gut. Ah ja. Wir folgen hier dem Pfad und dann... Ich glaube ich kämpfe sowieso viel hier draußen. Gott, das wird richtig böse. Böse. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. So. Die Mistviecher. Nein. Ah. Verdammt. Okay. Ähm. Ja. Jetzt haben wir einen neuen Hauptmann. Ich wusste nicht, dass er so schwach ist. Husch. Okay. Äh. Ja. Hm. Äh. Ich muss erstmal das Vieh hier platt machen. Das. War so nicht geplant. So. Du. Mistvieh. Komm. Spring. Ja komm. So. Das ist erledigt. Der wäre sowieso eh nichts gewesen. Der spinnenverseuchte Typ. Ne, 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 ne. Vielleicht finden wir irgendwann mal in tausend Jahren noch mal jemanden. Husch. Okay. Okay, okay. Dann. Der hier. Der sieht ja. Der sieht ja sowieso viel krasser aus. Der ist auch gar nicht so weit weg. So. Und wenn der auch sterben sollte, dann, naja, suchen wir uns halt nochmal einen anderen. Dann ist ja, gibt ja ein paar Orks hier in Mordor. Ist ja kein Problem. Hallo. Ich liebe es. Overkill. So. Kontrolle. Da ist er. Arbeca. Arbeca. Oh. Was war das? Ja krass. Haha. Hat er mich gesehen? Ah, nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Er ist immun. Immun. Nein. Ah, nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Greif an. Ah. Verdammt. Ja, komm. Ich reinige dich. Ja. Eingefroren. Nein. Ich verbrauche dich. Lass das gehen. Ich glaube, ich lass das jetzt. Ich werde den nicht hinrichten. Nein. Ehe, komm. Ehe, 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 ehe. Oh, geschafft. Komm, gehorche. Haha. Geil. Gut, dann, äh. Gehe. Natürlich. So. Wenigstens das hat jetzt funktioniert. Müssen wir noch jemanden holen? Ich, äh, weiß gerade nämlich nicht, wie es aussieht mit der Gesamtanzahl von unseren Leuten und wie viele wir gerade brauchen. Also wir haben hier eins, zwei, drei. Hm, 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 hm. Okay. Wo ist denn der nächstgelegene Typie? Nein. Das mit der Musik, nein. Ich weiß auch nicht, ob das da jetzt da weitergeht. Eigentlich müsste es ja hier weitergehen. Und sie müssten mir irgendwie erklären, was jetzt als nächstes gemacht wird. Hm. Es ist auf jeden Fall noch gesperrt. Hallo, Leute. Nein. So, wo ist denn hier jemand? Hallöchen. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Ich kann auch in eure Festung reinlaufen. Das ist mir total egal. So, du musst. Ich geh jetzt da rein. Und dann schnapp ich mir einen coolen Typen. Oh. Ah. Man sieht ihn nicht. Aber hier ist da auch noch irgendein Auftrag. Da irgendwo. Zahn und Klaue. Der sieht vergammelt aus. Drachenköde aufzubewahren ist ein Spiel mit dem Feuer. Oh, 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 oh. Okay. Drachen sind natürlich meine allerliebsten Freunde in diesem Spiel. Zahlreiche, wunderschöne Begegnungen. So. Weiter, weiter. Schneller. Und Feuer. Oh Gott. Oh Gott. Hat der, hat der, hat der, was? So viele Hauptleute noch. Für den Herrn. Äh, haha, jetzt kommt der Verrat. Der Verrat. Ja. Jetzt muss ich aber schnell hin und meinem Typen helfen. Tut dir jeder deiner Tode weh, Waldläufer? Das hoffe ich doch. Oh. So. Versuch doch nochmal. Ich muss eigentlich woanders hin. Ich hab hier keine Zeit für. Oh Gott, das sind zu viele Leute. Das sind einfach viel zu viele Leute. Das ist nicht gut. Nein. Abgeschlossen, deaktiviert. Das Festung wurde geschwächt. Okay. Luger wurde umgebracht. Oh, er hat Angst vor Feuer. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ähm. Du gehörst mir. Typ. So. Rekrutieren. Ja so. Nebenbei. Ist ja auch cool. Seit dem einen Verrat fühle ich mich aber jetzt irgendwie nicht mehr so wohl. Okay, mein Typ verblutet. Das ist nicht cool. Ich hab auch kein Elben geschossen gerade. Ja, oh mein Gott. Der hat unter dem Boden geglitscht. Okay, der ist tot. Das ist richtig nice. Aber ich will runter. Ich will runter. Ich will runter. Und. Okay. Cool. Halt. Stopp. 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 Nein. Lass mich nicht mehr. Ah. Na gut. Er ist tot. So. Einwärtig. Macht die Viecher doch einfach mal platt, bitte. Oh. Komm. Ich helfe mir. Warum tust du das? Äh, Entschuldigung. Ohoho. Warum tust du das? Das klang extrem böse gerade. So. Immer noch nicht. Okay. Wir könnten auch noch den Typen platt machen. So. So als nächstes. Wäre auch lustig. Aber ich brauche unbedingt ein paar Weile. Hier. Ich habe Angst, dass meine Leute sterben. Das ist hier alles total gefährlich eigentlich. Oh. Oh. Da ist er. Nee, 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 nee. Der andere. Der andere. Der andere. Okay, das war faszinierend. So. Unheil. So viel Unheil. Ja, ich gebe jetzt die BBS. Sorry, 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 sorry. Das wollte ich nicht. Okay. Trottel kriegt Panik. So. Und jetzt. Einmal kurz. Hier weg. Man weiß ja nie. So, schnell. Futsch, futsch, futsch. Okay. Dann schauen wir jetzt nochmal auf die Map. Und es ist auf jeden Fall ziemlich gecleared hier. Und. Gehe irgendwie davon aus. Oh. Dass es vielleicht hier jetzt weitergehen würde. Dann. Wenn ich hier nichts anderes sehe. Nee, 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 nee. Würde ich sagen. Machen wir dann. Irgendwie weiter in der nächsten Folge. Ich gucke nochmal, ob es irgendwas gibt, was ich jetzt, äh, nachlesen kann. Damit es hier weiter geht. Weil ich gerne diese Festung erobern möchte. Oder ob es tatsächlich jetzt das hier erstmal sein muss. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.